So schützt man sich vor nervigen Spam-Mails. Spam-Mails können ärgerlich sein und Zeit verschwenden. Um sich dagegen zu schützen, gibt es einige einfache Tipps, die man befolgen kann. Tipp 1. E-Mail-Adresse geheim halten Eine Möglichkeit ist, seine E-Mail-Adresse nicht öffentlich zu teilen, so kann diese nur schwer auf Spam-Listen landen. Tipp 2. Mehrere E-Mail-Adressen Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine E-Mail-Adresse nur für bestimmte Zwecke zu verwenden und sie nicht für Newsletter oder Online-Formulare zu verwenden. Tipp 3. Spam-Filter Eine weitere Möglichkeit ist das Einsetzen eines Spam-Filters, der unerwünschte E-Mails automatisch in den Spam-Ordner verschiebt. Tipp 4. Nicht auf Links klicken Es ist auch wichtig, nicht auf Links in Spam-E-Mails zu klicken und keine persönlichen Informationen in E-Mails an unbekannte Absender weiterzugeben. Durch die Umsetzung dieser Tipps kann man sich effektiv vor unerwünschten Spam-Mails schützen.